ein wunderschöner leute willkommen zurück zu lassen wir hier mit infiltration der basis des kultführers genau merkels mondbasis wurde durch tyrannen flaggeschütz gesichert als er hörte dass sparten palmer parkwolds schiff gestohlen hatte befall merkwoll dass jede flugeinheit außer den phantoms befehls haben offiziere abgeschossen werden sollten palmer steuerte den phantom sicher durch die allianzflotte in der umlaufbahn von x50 und landete südlich von merkels lager außerhalb der reichweite der flag ihr tojanisches pferd schien zu funktionieren aber während sie merkwoll immer näher kam musste sie sich durch ein schwer befestigtes lager seine erfahrensten truppen kämpfen irgendwie musste sie sie davon überzeugen ihre gesicherten positionen zu verlassen okay mit was ist bisschen ich hasse das fokus geht es ist mein ding muss ich ganz ehrlich sagen das gefällt mir überhaupt nicht aber ich habe auch nicht so viel jetzt mehr an xp zum ausgeben deswegen nehme ich das jetzt einfach mal so wie es ist hol und natürlich gewitter und abmarsch okay das fokus gewehr ist halt echt eine sache für sich wow normalerweise ist es sowas von down wahnsinn alter sie schmeißen sehr gerne kanaten ich merke das schon gehen wir halt auf den sack oh da ist ein bisschen mehr los was spammen die denn so also mit dem fokus gewehr komme ich nicht so klar in dem spiel also nicht hier in dem helde teil haben wir schon mal ein bisschen geil angepasst okay das hat gefetzt ach so so läuft der hasse ja also die halten wirklich viel aus okay nice wir geben alle drauf da genau weiter explosion nicht bitteschön sauber wie kann man nur so führung spammen alter schild mal alter what the fuck okay das wird doch herausfordernder als gedacht krasser shit jetzt geht er mit zwei schlägen down oder was gut dann machen wir das erstmal okay was ist das hier ein köder ne habe ich eigentlich nicht so viel Bock drauf das ist jetzt auch nicht so verkehrt okay okay chill 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 noch einer machen wir es halt so ist jetzt auch nicht so verkehrt okay amok da kommt er halt weil er denkt er ist ein geiler kleines arse alter vater ist er da das wird schwein gehabt junge na na komm mal her Junge, 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 also es ist schon, es sind wirklich erfahrene Kämpfer, kann ich nicht anders sagen Da ist er Eieieieiei Alter, noch einer? Wie viele, Mann Fresse Alter, reicht doch jetzt mal langsam What? Eieieieie Schalte alle Feinde aus Oh Gott Erstmal muss ich den ausschalten, der schmeißt mir zu viele Granaten Krank Der hier Sehr gut Irgendwie an den da rankommen Oh 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 Alter Junge Also langsam wird es echt zu Matsch, wir sollen da kommen Jetzt habe ich halt auch nicht mehr verkackt, sonst schrei ich Er nervt halt noch die Puls Jetzt hole ich mir erst mal die Granate hier Gehst jetzt bitte weg Okay, da ist jetzt nur noch einer Oh Fall einfach mal drauf, irgendwas hätte ich schon treffen Tja, wo sind die Granaten, wenn man sie mal braucht? Sieht gar nichts mehr zu holen Es ist ja eigentlich nur noch eher hier, ne? Kannst du Okay, das war gut Da, Granaten Alter, kommen ja noch mehr, Alter Wie viele genug? Lass ja gar nicht schief bei euch, oder was? Oh Warte ich auf Danke Er hier noch? Alter, jetzt noch einer? Ey, der traue ich nicht Schweizer Mie-Messer Okay Stirb Das waren gerade mit den Schüssen los Alter, okay Das war jetzt, äh, Stress Richtig Stress Aber hat schon Spaß gemacht Aber das hat echt lang gedauert Ja, ne, fortfahren, Alter Äh, E4 Jagd auf den Kultführer Die Kultisten der Allianz hatten sich in einer eisbedeckten Schlucht zwischen Macworlds Lager und der Blutsfederanlage eingerichtet und damit eine annähernd uneinnehmbare Position eingenommen Nachdem Macworlds Lager neutralisiert worden war begab sich Spartan Farmer in Richtung der Blutsfederanlage Die dort stationierten Allianztruppen gehörten zu Macworlds treuesten Anhängern Sie stürzten sich gnadenlos auf sie Um Wohl zu erreichen oder Wohl zu erreichen musste Farmer sich gegen heftigen Widerstand durchsetzen und bevor sie ihn endlich erledigen konnte musste sich erst noch um seine Leute Alter, es wird ja immer heftiger Was soll ich denn damit? Hologramm, Alter Ich will kein Hologramm, Mann Komm, gib mir die Sucherdrohne Bestätigen Ähm Okay, alles klar Bitteschön Kann ich nicht eigentlich aufladen irgendwie? Ging's da nicht? Kann man nicht einen Plasmaschuss aufladen hier in dem Spiel? Oder was ist der los? Das ist merkwürdig Hier Da Da musst du hin Genau da musst du hin Erledigt Sehr gut Ah Den nehme ich Jetzt haben wir hier Ach nee, das war die Fahne Nur will ich nicht, danke Ah, warte mal Ich nehme Mal das hier mit Nadelwerfer Whatever Okay, dann wollen wir mal Damit bin ich schon ein bisschen Gechillter Okay Okay, 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 okay Hau das schon ab Das ist auch noch kassier Jetzt mal erder Ohne General oder was? Sehr gut Ja, warte mal Die ballern ja erst aufgrund der Schließe Okay Ich bin schon entfernt, wollte ich mal sagen Achso, das war der erste Leutnant Okay, alles klar Die Goldenen waren immer eigentlich immer die Generäle Aber okay Wie steht sich da irgendwie was verwechseln? Okay Hier auch Eigentlich hat die Suchedrohne ja gar nicht gebraucht Aber hinterher ist man immer schlauer Kommt noch ein Ghost Sehr gut Okay Da kommen ja noch mehr Bin ich jetzt unendlich oder was ist hier los? Plattformmassaker Ja Ach komm Läuft da eigentlich das zufriedenstellend? So Nur noch drei Lieutenants Leutnants Whatever Kannst du nicht mehr rechtzeitig aus? Okay Das könnte jetzt ein bisschen haarig werden Da steige ich jetzt lieber mal aus Weg damit Es gibt noch Punkte Ja, dann müssen wir es halt auf dem Wege probieren Es ist wie es ist Was haben wir denn eigentlich hier? Das war dieses Schild, glaube ich, oder? Oh, ganz schön lange Laufzeit Hier, geh da mal da hin Die Reichweite ist auch mehr als belastend Na gut Hier läuft noch irgendwo einer rum Guter Versuch Guter Versuch Respektier ich Hat dir aber auch nichts gebracht Werfen die Plasma-Granaten aber auch so richtig schnick aus der Hüfte, ne? Ach, weiter Also diese Sucherdrohne ist pervers Also die knallt rein Ups, das war voll daneben Okay Ach, komm Sehr gut Sehr gut Wie er das einfach so rüberschmeißen kann Sehr easy Wow Okay Mach mal bitte weg da Okay, das war nochmal Oh Gott, wir haben es geschafft Ja gut Kein 200.000 Aber geschafft ist geschafft Gut Wir machen an der Stelle einen Cut Das war jetzt wirklich mal War ein etwas kürzerer Part Aber wir haben zwei Missionen erfolgreich erledigt Die waren jetzt auch nicht ganz so ohne Wenn man die anderen bedenkt Und ja Beim nächsten Mal geht es dann weiter Bei E5 Schlacht um den Mond Und ja Seid gespannt Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Wenn es wie heißt Let's Play Hallo Spartan Und haut rein Bis dann und ciao Und dann geht's